Smile 24 – Mobil in der Schleiregion Die eigene Tagesplanung individuell gestalten, auch ohne eigenes Auto. NaShuttle – Mobilität rund um die Uhr Wir optimieren den Nahverkehr so, dass ein lückenloses Beförderungsnetz entsteht. Unser NaShuttle ergänzt die Route, wenn der Bus dich nicht bis an dein finales Ziel fährt. Buch dir deine Fahrt ganz einfach per App. Während du entspannt in Bus oder Bahn sitzt und die Fahrt genießt, macht sich dein NaShuttle bereits auf den Weg. Begib dich zur vereinbarten Zeit zum Abholort. Die sogenannten virtuellen Haltestellen befinden sich maximal 300 Meter von dir entfernt. Fallen mehrere Fahrtwünsche im Umkreis gleichzeitig an, werden diese ressourcenschonend gewündelt und als Route gefahren. Brauchst du ein barrierefreies Fahrzeug oder mehr Platz für großes Gepäck, kannst du das einfach bei der Buchung angeben. Zahlen kannst du entweder bereits bei Buchung oder bargeldlos im Fahrzeug. Übrigens, mit einem Ticket im Schleswig-Holstein-Tarif oder mit dem Deutschland-Ticket fährst du ohne Aufpreis. Mit Smile24 bist du in der gesamten Region an Schley und Ostsee komplett unabhängig vom eigenen Auto unterwegs. Unser Angebot bringt dich an dein Ziel und sorgt für ein lückenloses Beförderungsnetz. Smile24 – immer, überall, flexibel.